Herzlich willkommen, hier ist der Krebs Campus mit einer neuen Ausgabe von Krebs Aktuell. Mein Name ist Babel. In der heutigen Sendung werden wir uns einmal mit dem Thema Therapiepausen bei Krebs beschäftigen. Wir werden uns neue Studien anschauen zu der Wichtigkeit einer PET-CT bei Brustkrebspatientinnen und wir werden den Zusammenhang von Fatigue mit schweren Nebenwirkungen beleuchten. Mit der wachsenden Zahl von chronisch kranken Krebspatientinnen wird das Thema Therapiepausen immer wichtiger. Viele von uns Krebspatientinnen leben lange mit Krebs und haben auch lange eine Therapie. Manche von uns sind unter Dauertherapie, gerade bei Immuntherapien spielt das eine wichtige Rolle. Beim wichtigsten internationalen Krebskongress, dem Jahrestreffen der ASCO, wurde genau dieses Thema auch unter anderem diskutiert, nämlich wie sich Therapiepausen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen mit Krebs auf das Gesamtüberleben, auf die Überlebenszeit auswirken. Eine Studie aus den USA analysierte die Daten von 466 Kindern mit rezidivierten oder therapieresistenten Tumoren. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst eine Therapiepause über 30 Tage das Gesamtüberleben der Kinder nicht verschlechterte. Im Gegenteil, es zeigte sich sogar eine verbesserte Überlebenszeit oder eine verlängerte Überlebenszeit bei den Kindern, die eine Therapiepause zwischen zwei Therapien eingingen. Diese Pausen verbessern nicht nur die Lebensqualität der Kinder, sie geben den Familien auch Zeit, fundierte und überlegte, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen und lassen außerdem Zeit, sich vielleicht eine Zweitmeinung noch einzuholen. Das insgesamt scheint sich positiv auf das Gesamtüberleben der Kinder auszuwirken. Auch bei Erwachsenen gibt es positive Daten. Dort wurden zum Beispiel Erwachsene unter Immuntherapie untersucht und es zeigte sich, dass eine Pause in der Immuntherapie das Gesamtüberleben der PatientInnen nicht negativ beeinflusste. ÄrztInnen und PatientInnen sollten durchaus die Option einer Therapiepause gemeinsam besprechen und gemeinsam eine individuelle Entscheidung treffen. Denn Therapiepausen scheinen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen die Lebensqualität maßgeblich zu verbessern. Forscher aus Barcelona und Berlin haben herausgefunden, dass durch eine vorgeschaltete PET-CT-Diagnostik bei einem Drittel der Herz-2-Positiv-Brustkrebs-PatientInnen auf eine Chemotherapie verzichtet werden kann. Sie untersuchten dafür über 300 PatientInnen in 45 Kliniken und in sieben europäischen Ländern. Alle PatientInnen erhielten eine duale Herz-2-Blockade mit Drastuzumab und Pertuzumab. Die PET-CT-Aufnahmen wurden sowohl vor Beginn als auch nach den ersten zwei Zyklen der Therapie aufgenommen und bei 80 Prozent der PatientInnen, die ein pathologisches Komplettansprechen zeigten, konnte auf eine Chemotherapie verzichtet werden. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Die Drei-Jahres-Überlebnisrate unterschied sich in den verschiedenen Gruppen überhaupt nicht. Also sowohl die PatientInnen, die von Anfang an eine Chemotherapie bekamen, als auch die PatientInnen, bei denen man erst eine PET-CT voranschaltete, bevor man eine individuelle Therapieplanung vornahm, hatten das gleiche Gesamtüberleben. Das bedeutet, dass wir mit einer PET-CT-Diagnostik ganz gut die PatientInnen identifizieren können, die einen Benefit von einer Chemotherapie haben. Der Berufsverband der Deutschen Nuklearmediziner plädiert jetzt dafür, die PET-CT als Diagnostikverfahren in den Leistungskatalog der Krankenkassen mit aufzunehmen. Das würde für viele BrustkrebspatientInnen die Lebensqualität maßgeblich verbessern und die Diagnostik verbessern und gezieltere individuellere Therapieentscheidungen fördern. Neueste Studienergebnisse zeigen, dass Fatigue mit einem vermehrten Auftreten von schwerwiegenden Nebenwirkungen assoziiert ist. Fatigue ist eine häufige und schwerwiegende Nebenwirkung von Krebstherapien und viele KrebspatientInnen leiden unter Fatigue. Fatigue ist absolute Müdigkeit und Erschöpfung, welche aber nicht durch ausreichend Schlaf oder Ruhe aufgehoben werden kann. Der Körper regeneriert nicht durch Ruhephasen und das schränkt für viele KrebspatientInnen die Lebensqualität sehr stark ein. Forscher in den USA analysierten die Daten aus 18 Studien und über 8.000 PatientInnen und die Ergebnisse sind alarmierend. 42,8% der PatientInnen gab an, teilweise oder häufig unter Fatigue zu leiden. Bei über 17% trat Fatigue sogar sehr häufig auf. PatientInnen, die sehr häufig unter Fatigue litten, hatten eine fast doppelt so hohe Chance, schwere bis lebensbedrohliche Nebenwirkungen zu entwickeln und besonders besorgniserregend ist hier, dass auch die Mortalitätsrate, also die Sterberate, an schweren Komplikationen erhöht war. Diese Studie zeigt sehr deutlich, dass Fatigue ein sehr gewissenhafter Marker für die Wahrscheinlichkeit von schweren Nebenwirkungen ist und dass wir Fatigue viel mehr beachten müssen. Wenn wir Fatigue gut behandeln und Lösungsmöglichkeiten für die KrebspatientInnen aufzeigen, verbessert sich maßgeblich die Lebensqualität und schwere Nebenwirkungen werden minimiert. Das waren die Neuigkeiten für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal. Schau dir auch gerne unser neuestes Video zum Thema Methadon an oder folge dem Krebscampus auf Instagram. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bye, bye.